Ich mach jetzt mal ein bisschen Gendeckungsfeuer Ach scheiße, ich hab sogar jemanden getroffen Nicht schlecht Ist das die Halbautomatsch jemals gerannt? Och geil Das nächste Mal wenn ich schieße, dann auch wirklich schieße Also wenn ich drücke, ohne irgendeine Verzögerung Oh fuck, ok 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 Alles gut, alles gut Mir gehts gut Ach, jetzt hab ich keinen Magnetionsglück mehr drin, so'n Scheiße So Stoß zum sicheren, aus Ah, sie ist ja grad in die Decke, mein Sack So Blut spritzt ja auch ein bisschen, ne? Das ist eigentlich auch mehr davon noch untypisch, tatsächlich Ja, ok, gehen wir mal ins Häuskin rein Dann lieber wieder So Maschinenrehe So Nachladen ist, ähm Warte Nein Nachladen kann man bestimmt auch irgendwie Ach, mit X, ok, alles klar Sehr schön Sehr schön, ich seh keine Gegner Ok, Luft ist rein Verteidig das Haus Wo, 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 wo Ok, gehen wir mal hin Achso, ok, das Fenster bringt's einfach mal gar nix Ah, es sind noch genug Fenster Auf! Ok Hallöchen Mit dir Mit dir Einmal kurz erholen Durchatmen Ok So So Mal interessiert es aber auch gar nicht, wenn ich die treffe, ne? Kann das sein? Wo kommen wir sowieso vor? Jetzt mal nicht, dass wir nicht komplett von jedem unbedingt Feuer fressen können Weil ich laufen kann, ne? So, weg mit dir Ah, der hat gesessen, muss ich sagen So, der ist auch weg Weg mit dir Ah, Hilfe Ich könnte ihn, glaub ich, treffen Ich hab ihn getroffen Hehehe Hast du nicht entkommen? Eigentlich mehr als fragwürdig Ok Shermans? Panzer? Ach, das ist meine So, aber erstes bisschen abgeschlossen Darauf erstmal ein Schluck Kaffee Was hab ich denn überhaupt für Medaillen bekommen? Das würde mich mal interessieren Aber funktioniert eigentlich ganz gut das Spiel Also, lässt sich echt gut spielen Echt gut steuern So vom ersten Eindruck her Ist in Ordnung Bringt eigentlich meiner Ansicht nach auch ganz gut das Metal of Honor Feeling rüber Oh, dann ist jetzt die Batterie Und es sieht auch so, wenn es beim Tageslicht wäre Oh, das wäre so schön Das wäre so schön Weil die Dunkelheit, die macht einem schon zu schaffen Ok So mag man's vor Tschüss Hilfe Na komm schon Das ist was jetzt So, dankeschön Ich weiß doch nicht, was meine Kameraden hier machen Weil ich krieg die eigentlich eigentlich relativ schnell kaputt, ne? Die nicht so Ein Glück gibt's sowas die Bündungsvolle, also das würde ich da gar nicht finden Aber hier müsste auch einer sein, genau Hol dich hier Okay, das ist wieder eine Granate, die hat's nicht Wo ist die? Runt, ne? Ja, okay So, kann zu gut sein Haben wir hier also quasi erholt, auch hier in dem Safehouse Gute Arbeit Okay, das war's Los, los, los! Machen wir sie fertig! Mache ich jetzt wieder meine Thompson Ich hab da extra eine MP50, äh, MP40 geholt Lichte was? Nein, das ist nur eine Kiste Ja, vorbei Nehmen wir mit, ne? Wieso muss hier ja noch irgendwo genug liegen? Hoffe ich mal zumindest Ja, okay Oh, Entschuldigung Ich wollte dich nicht anschießen, sorry Ich wollte nur meinen Clip leer schießen Na los, zeig dich Wo ist der jetzt, genau? Hi So Ich geh mich auf den Sack Mkay Ähm Maschinengewehr rauszuholen Hoffen, dass hier keiner chillt Zeigen wir es den Deutschen Wir müssen die Kasse gehören und die Geschwindsparte nicht zerstören Oh, so Jetzt nicht zuhause denn Schön die Fresse geholt Gefällt mir Nice Okay, dann holen wir wieder mal ins Gerand raus Ah, Mist Was denn das hier sind? Weil der das hier über die Ärzte macht genau was ich sage Auf, wir bei uns Drei Nachladen Los, los, los! Wo ist der Sack? Komplett ohne Deckung, ich weiß Aber hat gereicht Irgendwie der einen Schuss Stehbleiben! Ah Oh, Scheiße Puhiii! Okay Lassen wir die erstmal nachladen So Jetzt sind schon ein paar gegner, kann man ja noch sagen Das ist schon eine Entfernung Be sia Ich weiss nicht ob die sowas geht die Waffe Brrrrrrrrrrrr Kontrollpunkt erreicht, okay Ich will aber eigentlich nur kurz hier irgendwo die rein Das Raffnabrück mitzunehmen. Ah, schön. Ein bisschen geupgradet ist... ...abgradet zu Thompson. Warum eigentlich nicht? Holy shit, okay. Ist vielleicht doch nicht so einfach. Du bist mein Freund, gut. Dann lade ich da hinten. Die machen mir jetzt erstmal keine Bauchschmerzen. Auch ein Kollege von mir. Okay, der ist tot. Hervorragend. Einer weniger. Der ist tot. Noch einer weniger. Kriege ich eigentlich auch Gewährmusik schon mal wieder zurück? Oder... An deinem Fenster. So. Also Trefferquote müsste eigentlich bei mir eigentlich ganz gut sein, behaupte ich mal. Also den hab ich aber sowas von getroffen. Er sagt, die Waffe verzieht natürlich. Arme Sau, echt ey. Irgender ist ja noch. Das ist wahrscheinlich oben. Was ist mir das? MP40 auch. Aber cool, es gibt ja so Waffenabgrade. Das ist natürlich echt ne coole Sache. So ein leichter Rollenspielcharakter. Soll ich dir jetzt mal ein bisschen auf den Sack gehen? Jetzt mal Granate hoch rein. Pfeffern! Wo hast du hingewiesen? Ach, du bist doch im Arschloch. Echt? Es ist unglaublich. Sammeln! Okay. Rücken mit dem Team vor. In Ordnung. Gute Arbeit! Der Platz gehört uns! Wir haben die Hälfte dieser verdammten Stadt durchquert! Gehen wir weiter! Ausrüstung überprüfen! Sir, ja, Sir! Er scheint aber auch nicht ganz so offensichtlich zu sein, die Upgrades. Mal nachladen wieder. Ich hab nicht mehr so viel Schuss leider für die M1-Gerant. Wer braucht ihr? Ich hab das nicht verstanden. Aha. Das ist ne Kleinstadt. Ich glaube nicht, dass viele Deutsche hier sind. Aber sie hatten Zeit, sich einzugraben. Sie wirst ein heißer Tanzen! Okay, wir sind auf jeden Fall schon mal die Batterie überhin müssen. Oh, The Bonker! Ja, wir schießen auf unsere Schiffe! Hey! Wie deinem Skifur, der war's. Das ist meine Freunde. Das ist wie so Gottverdammt dunkel. Der ist weg. Ja, komm, zeig dich, zeig dich. Tschüss. Du zeigst dich bitte auch. Oh, schönen Nacken. Das ist immer so verherrlichend, ne? Was ich hier so mache mit meinem Freund. Aber... Es ist halt... Es ist halt das Spiel, ne? Es sind halt die Inhalte. Oh, ich bin mir nicht da. Men of Honor war damals ja auch sehr kontrovers aufgenommen. Gerade die ersten Teile. Aber gut, 2007... Okay, doch... 2007 war eigentlich noch ein Zeitpunkt, wo... Zensur etc. noch echt ein Thema war. Ich weiß auch nicht, ob die... Version, die wir jetzt hier gerade spielen von Banggaard... auch wirklich ungeschnitten ist. Kann ich das gar nicht beurteilen. Ach guck mal, unten rechts, der Biden. Das ist meine Ausdaueranzeige. Ich kann also nicht unendlich sprinten, das ist gut zu wissen. Das ist auch wichtig zu wissen, auf jeden Fall. Wobei die Kontrollpukle bisher eigentlich erstmal relativ fair verteilt zu sein scheinen. Ist die hier noch? Nein. Der ist abgehauen, der Sack, ne? Der ist abgehauen, der reicht, genau. So, okay. Der ist, der ist Gay-Schichte. In Ordnung. Schalte die Abwehrstellung und der Batterie aus. Okay. So. Ups, was weiß ich, ich hab jetzt gerade einen Explosionsschuss geschossen. Dann fern wir mal einen Upgrade. Haben wir jetzt gerade einen Explosionsschuss geschossen. Ich bin eine Medaille verliehen. Wofür? Ach, guck mal, die totes geschehen zu funktionieren, irgendwie. Parteideckung! Zum Lützentreffen. Wow. Nicht schlecht. So. Wir holen uns mal langsam hier durch. Hessischen 2 war übrigens auch echt eine Konsole, da gab es echt, oder zumindest der Zeitpunkt, Hilfe! Alter, alter, alter. Da gab es so gottverdammt viele Weltkriegs-Shooter, die rauskommen sind, äh, Call of Duty zum Beispiel. Oder halt natürlich die Medal of Honor-Teile. Und, nicht zu vergessen, ähm, Wathas in Arms. Eine Serie, die wahrscheinlich ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, die aber eigentlich echt cool war. Also ziemlich toll. Schrecklich. Also echt Pokémon, ich hab's da aber auch sehr, sehr lange gespielt. Auf dem war er auch brutal umfangreich. So. Das heißt, hier, der Bunker dürfte jetzt gesäubert sein, wenn ich mich täusche. So, ist hier auch niemand drin. Ist noch jemand? Oh. Oh. So. Da, ihr Mofo. Ja, ich glaub, die sind in den Arm. Ui, ei, 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 ei. Brrrr. Okay, einen Schuss hab ich noch. Dann muss ich den Bunker töten. Hat nicht funktioniert. Schade. Wär auch zu schön gewesen. We're down! Okay, der ist tot. So. Okay, einer ist hier noch irgendwo. Ach, da oben. Hat er sich versteckt, der Sack. Ich muss immer lieber einen Helm auf. Nein, Gott. So. Das haben wir aber jetzt lang gedauert, echt. Ah, guck mal, die Tür darf ich aufsprengen. Ssssit. Flup. Ne, ich glaub, you penis old war's, weil ich hab ja am Anfang gesagt von wegen, äh, hier mit diesem Adrenalinmodus, mit dem Supermodus. Ähm, dass es den hier gibt, aber ich glaub, das war bei you penis old. Ich hab mich vertan. Okay. Und wie fit's will ich gar nicht haben. Oh, scheiße, hier sind überall Leute, hier sind überall Leute. Brrrr, okay. Ich weiß nicht, ob ich hier in Deckung bin oder nicht. Kann man doch noch keiner beantworten, wirklich. Ich seh hier wieder super viel. Also, ich glaube, ich würd' ich hier wirklich lieben, lieben gerne einstellen, aber... Ich möcht' das Spiel wahrscheinlich einfach nicht. Bleib zu stehen, Junge. Wann's hin? Was ist hier? Ne, Karabiner will ich nicht haben. Könnt' aber mal nachladen. Ein schöner Trommelmagazin. In dem Trommelmagazin. Aber so viele Trommelmanzue kann ich gar nicht tragen. Kann auch sein. Einfacher geht's nicht, als ich das jetzt mache. Ja, das ist ein Schuss, Feuer!